Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Minecraft und wir machen gleich weiter mit dem Farmbau, das heißt erstmal hier weiter den Berg abtragen, damit wir ja ganz einfach mehr Platz haben und weil ich ja, ich finde das auf dieser Uferseite dann ganz schön, wenn wir das hier machen, finde ich gut, muss ich ja sagen. Finde ich gut, aber deswegen mache ich es ja auch, deswegen habe ich mich auch dafür entschieden den Berg abzutragen und dann hier die Farm zu bauen, erstmal für Essen, Tiere und so kommen bestimmt auch noch, da müssen wir dann noch mehr für abtragen, aber ich denke mal das kriegen wir ja ganz gut hin, ich habe ja die Zeit, ihr habt die Zeit euch das anzugucken, wie ich einfach nur. Erstmal Bergeabtrag. Ne? So ist das halt. Naja, so ist das, jaja. Zack. Hab ich ne... Er sagt zack mit, nö, okay. Aber wir haben davon ja ne Crafting Bench, außen bauen wir auch grad Stein ab. Dann können wir uns ja eigentlich ganz leicht eine Neue bauen, oder? Ja, können wir. Ja, jo, das kriegen wir schon ganz gut hin. Denke ich mal. So. Da haben wir dieses Stück auch fertig. So, dann machen wir jetzt erst einmal hier gerade durch. So, und dann... Machen wir erstmal dieses kleinen Kutzel hier weg. Creeper, du kannst gerne herkommen, aber dann bitte in der Mitte sprengen, weißt du? So, dass halt nur das... Hab ich nen Bogen? Ne, hab ich nicht. Natürlich nicht. Wozu denn auch einen Bogen mitnehmen? So. Joa, im Wasser machst du ja eh kein... Nichts kaputt. Also kannst du da auch ruhig explodieren, ne? Das ist ja jetzt nicht so schlimm gewesen. Nö. Oh. Ähm, na gut. Gut, dass wir gerade bei der Bergbank stehen. Äh, da, 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 da. Stein, da. So, da haben wir die Neue. Dann ist das Teil auch kaputt. Die Spine. Und da vorne kommt ein Zombie. Kommt er rüber? Nö. Doch. Wird er wohl gleich. Oh, joa. Das dauert ja noch ein bisschen, bis er da ist. Nö, das dauert ja noch. Oh ne, da ist er ja schon. Und sterb doch. Das nennen wir einfach mal mit. Vielleicht brauchen wir es ja irgendwann. So. Zack. Da kommt noch ein Zombie. Yay. Yay. So, der ist auch tot. So. Joa. Ich hab mal wieder kein Thema, außer Zombie. Ein, ähm, Dingsbums hier, wie heißt, äh, Religer Zombie. Da hat ein Zombie ein Dorfbewohner gegessen. Da wurde der Dorfbewohner zum Zombie. Aber wir haben ja in der Nähe gar kein Dorf. Hm. Oder einfach doch. Und ich bin einfach nur zu blind, das irgendwann mal zu sehen. Das kann ja sein. Das kann ja sein. Ne? Das ist ja nicht so... Un... Logisch. Bei mir. Ne? Ich bin ja sowieso immer blind, sehe sowieso nichts. Also. Ne? Ist das ja nicht so unwahrscheinlich. Aber ich glaube eigentlich nicht. Das hätte ich ja doch irgendwie dann bestimmt gesehen. Ne? Das hätte ich ja dann bestimmt irgendwie gesehen. So. So. Ey, komm mit. So. Und so. Und dann mal weitermachen. Ist keine besonders spannende Aufgabe. so und dann machen wir die erde hier auch mal eben ganz schnell weg bis hier so machen wir eine schöne kerbe rein in hoffnung dass es irgendwie gut aussieht das ist zwar nicht gut aber und schon wieder eine neue hacke machen nie alter also ich kann nicht mehr rennen so ich habe holz 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 so und schon haben wir zwei neue spitzhacken die wir bestimmt verbauen werden so so ich hab echt keine ahnung was man reden kann ich könnte darüber reden dass ich einfach kein thema finden weil ich etwas zu faul bin irgendwie ein thema damit ich drüber reden kann zu haben ich habe einfach kein thema über das ich reden kann ich bin voll oder was das schmeiße ich mal weg so und dann kann ich noch eine noch einsteck steine mitnehmen aber ein paar sind es noch die müssen auch weg und dann so zack so jo 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 so jaja kein thema über das man reden kann man 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 so ich habe wirklich keine ahnung was ich so ich bin voll dann muss ich wohl mal eben schnell rüber gehen ähm zombiefleisch kann ich dann wegpacken mhm kürbisse dort ähm hier war stone stein 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 ganz viel stein das haben wir hier erde so und dann jetzt können wir hier noch da 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 ah ne kohle muss woanders rein schmeißen wir das einfach mal rein bisschen holz nehme ich noch mit ich bin auch doof ein holz wollte ich hier lassen weil den kann ich eh nicht wenn mhm ach so das ist sand aber ich bin doch doof wir haben ein bisschen birkenholz mit das können wir noch da reinpacken so und dann geht's schnell wieder rüber und weitermachen ne mal eben ganz schnell machen wir dann noch weiter so na gleich ist die hacke kaputt ja und dann geht's weiter mit der nächsten spitzhacke so ooo ah level 25 sind wir schon wir brauchen echt ein enchantment table ja das brauchen wir ja ja das brauchen wir so das ist das ist wirklich schön Eisen wie schön Eisen ist schön ja ja Eisen ist schön so so Eisen ist wirklich schön ja ja das brauchen wir nämlich nämlich noch also in einer Farm haben wir ja Wasser und dann können wir daraus aus dem eisen Eimer machen und dann können wir uns damit Wasser holen ja 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 so ist das ja 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 so 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 die Erde kann ja nicht da bleiben die brauchen wir eh hier muss ja eh alles hier nochmal zur Erde werden am Ende hier ne jetzt wird ja eh alles zur Erde und ich muss ja mal kurz das Mikro noch ein Stück tiefer machen so aber dann können wir auch eigentlich weitermachen zack zack die Kohle hier nehmen wir auch mit ne aber wieso denn auch nicht ne wieso denn auch nicht wieso denn auch nicht so so wow ein Eisen das ist krass ein Eisen und keine Spitzhacke mehr yay machen wir halt noch ne neue zack so 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 die Kohle hier nehmen wir logischerweise auch noch mit ne so 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 das ist nochmal Eisen sehr schön das ist wirklich sehr sehr schön dass da nochmal Eisen ist oh und sogar endlich mal mehr als ein Eisen oh wie kommen wir denn zu der Ehre so 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 und jetzt äh zack füllen wir das hier erstmal wieder aus boah wie tief bin ich denn da reingegangen ich brauch ja nur die Höhe naja naja eigentlich kann ich auch dann nochmal zack so dann haben wir das auf jeden Fall wieder zugemacht ne und dann können wir einfach hier ganz normal weitermachen oh da hab ich auch was hin auf Kuh gedrückt und hab meine Spitzhacke weggeschmissen wie kann ich nur wie kann ich nur so zack zack so ich denk mal hier machen wir dann ähm gleich die Felder für dir für Essen hin und dann muss der Berg da leider auch noch weg oder dann machen wir und dann machen wir da halt noch die Tierfarm ran ne mal sehen aber das gucken wir in der nächsten Folge wahrscheinlich von Let's Play Minecraft bis zum nächsten Mal Ciao